Hi und willkommen zu einer neuen Wochen-Blog-Serie. Heute ist Freitag und ich habe gleich zwei Updates. Erstens, mein Online-Shop ist immer noch nicht fertig. Ja, es gibt halt immer so diese Phase, wo die Leute einem Geduld abverlangen, sage ich mal so. Gestern war er immer noch nicht fertig, hat sich auch überhaupt nicht gemeldet und dann habe ich heute mal dahinter her gehakt und dann kam heute Morgen eine E-Mail auch schon, weil ich gestern Abend, ich hatte echt gestern Abend den Hut auf, das ging mir hier um. Da habe ich da hinterher gehakt und ich so, ich möchte in meinem Urlaub gerne noch fertig werden damit. Dann schreibt er zurück, ja ich mache das nebenbei, während ich andere Projekte mache. So, toll, schön. Ich sitze hier zu Hause, habe vier Wochen Urlaub, versuche meinen Urlaub so effektiv wie möglich zu planen, da ich ohne Geld ja schließlich nicht in den Urlaub fahren kann und ohne Geld auch keine Freizeitaktivitäten da draußen machen kann, versuche ich zu arbeiten. Und es regt mich so auf, ich bin seit mehreren Tagen einfach nur noch aufgeregt und angepasst. Du arbeitest und nichts wird fertig. Du arbeitest noch mehr und es wird noch weniger fertig. Und du siehst irgendwie das Licht am anderen Ende des Tunnels nicht. So, ich habe euch ja am Mittwoch gesagt, da war ich so richtig angepasst und dann habe ich euch ja gesagt, ich gehe jetzt mit Migräne auf die Couch. So, Migräne hatte ich tatsächlich, ich habe tatsächlich auf der Couch gelegen. Ich habe dann angefangen Fernsehen zu gucken. Und dann kommen wir schon zu Update Nummer zwei. Vodafone. Ich hasse diese Leute wie die Pest. Und diese 24 Monatsverträge machen mich einfach nur wütend. Du hängst 24 Monaten in diesen Verträgen fest und kommst einfach nicht raus. Ich habe hinterher mit Migräne auf der Couch gelegen, wollte Fernsehen gucken, weil mich diese ganze Arbeit angepasst hat. Das Warten hat mich angepasst, diese Ausdauer, diese Geduld ständig aufzubringen, hat mich einfach angepasst. Da wollte ich den Abend ausklingen lassen, habe mich so von Fernseher gesetzt, habe Fernseher geguckt, habe mich so ein bisschen in die Decke eingekuschelt und auf einmal macht es Pitsch. Sie haben keine Sender mehr. Ich so, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich habe keine Lust mehr, mich darüber aufzuregen. Ich hatte echt den Hut auf. Das hat mir echt hier oben gestanden. Ja, bin ich ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden. Funktionierte immer noch nicht. Ich war wo davon angerufen und sagte, ich habe eine Störung im Fernsehen. Da sagte er, ja, das ist eine bundesweite Störung. Steuern Sie sich nicht dran. Ich so, ja, ich will, dass das innerhalb von einer Stunde funktioniert, sonst rufe ich einen Rechtsanwalt an. Dann sagte er, ja, ich gehe Sie mal in die Finanzabteilung verbinden. Die Finanzabteilung sagt ja, Ihre Rechnung ist nicht bezahlt. Ich so, ich habe diese Rechnung jetzt zweimal finanziert. Wollen Sie etwa, dass ich die Rechnung noch ein drittes Mal finanziere? Und dann sagte er, ja, ich habe aber keine Rechnung gefunden. Ich so, jetzt gucken Sie noch mal nach. Das ist so wieder so eine richtig typische Vodafone-Aktion. So nach dem Motto, du bezahlst uns das und wenn du das nicht machst, dann drehen wir dir den Fernseher ab. So, und wenn du dann dein Fernsehen haben willst, du willst Fernsehen gucken, ja, dann wirst du die Rechnung zwangsläufig bezahlen müssen. So, und ich habe euch ja vor ein paar Tagen schon gesagt, ich habe die Lügenrechnung bei Vodafone bezahlt. Das heißt, ich habe diese Rechnung für Juni, die angeblich offen ist, jetzt zweimal finanziert. Und ja, Vodafone kann das aber überhaupt nicht finden. Dann haben die mir echt den Fernseher abgedritten. Die sagten, wenn ich nicht innerhalb von 30 Tagen bezahle, ist das Internet auch noch weg. Dann habe ich gesagt, ja, wenn das Internet weg ist, dann habe ich kein Internet mehr für meine Firma. Das ist geschäftsschädigend, das ist rufschädigend. Und dann sitze ich definitiv beim Rechtsanwalt und dann klage ich Schadensersatz ein. Und dann habe ich so zu Vodafone gesagt, sie setzen sich jetzt dahinter. Sie gucken sich jetzt ihre beschissene Buchhaltung an. Und dann werden sie diese Rechnung finden, die ich übrigens zweimal finanziert habe. Und ist dieser Fernseher nicht innerhalb der nächsten Stunden angeschaltet, sitze ich beim Rechtsanwalt. Und dann sagte er hinterher so, ja, dann gehen Sie doch. Da lachte der Typ von Vodafone mich tatsächlich aus und sagte, machen Sie doch. Das stört die nicht. Also es ist so eine typische Betrugsmasche bei Vodafone. Zu behaupten, sie hätten keine Rechnung bekommen, beziehungsweise die Rechnung nicht bezahlt bekommen, dann drohen die dir, den Fernseher auszustellen. Dann stellen die auch den Fernseher aus. Und erst 24 Stunden später, nachdem du die Rechnung bezahlt hast, kriegst du dann den Fernseher wieder frei und kannst Fernsehen gucken. Das hat mich tierisch aufgeregt, weil ich mich von diesen Leuten erpressen lassen muss. Ich bezahle jeden Monat meine Rechnungen und muss mich von solchen Leuten schikanieren lassen. Und dann habe ich ihnen am Telefon gesagt, ich habe diese Rechnung jetzt zweimal finanziert. Welcher Schadensersatz würde mir denn zustehen, dafür, dass sie mir jetzt 24 Stunden lang den Fernseher offline gelegt haben? Weil ich habe vier, ich bezahle ja jeden Monat meine Rechnungen. Das heißt, mein Fernsehen muss 30 bis 31 Tage im Monat laufen für diese Rechnung, die ich permanent bezahle. Und dann habe ich ihn ganz dreist gefragt, was mir denn jetzt an Schadensersatz zusteht für diese 24 Stunden. Da hat er mich ausgelacht. Ich sagte, ihnen steht kein Schadensersatz zu. Warum sollen wir ihnen Schadensersatz geben? Sie haben die Rechnung nicht bezahlt. Ich so, ich habe die Rechnung jetzt zweimal finanziert. Die ist zweimal von meinem Konto abgebucht worden. Und dann sagt er, ja, deswegen steht hier trotzdem kein Schadensersatz zu. Also, Vodafone macht, was Vodafone will. Und ich finde es so schrecklich, dass man 24 Monate in diesen Verträgen festdenkt. Du kommst aus diesen Verträgen nicht raus. Du musst 24 Monate, musst du da drin festsitzen. 24 Monate. Der Vodafone-Vertrag läuft jetzt seit dem August. Weil das war der einzige Anschluss, der hier in dieser Wohnung funktioniert. Der T-Online-Anschluss hat in der Wohnung nicht funktioniert. Ich musste Vodafone nehmen, weil es keine anderen Anbieter gibt, die hier kompatibel sind. Und Vodafone weiß das. Und die wissen genau, welche Monopolstellung sie haben. Und sie erpressen die Leute. Und ich habe mittlerweile echt die Schnauze voll. Seit August habe ich diesen Anschluss. Ich hatte 15 Tage lang kein Internet, kein Telefon. Ach, Telefon habe ich sowieso nicht mehr. Kein Fernsehen, kein gar nichts. Und seit dem 15. August ist das jetzt schon die dritte oder vierte oder sogar schon fünfte Vodafone. Wie nennt sich das? Problemstellung. Du machst einen Fernseher an, er funktioniert nicht. Dann machst du nochmal einen Fernseher an, funktioniert nicht. So, das ist jetzt schon das fünfte Mal. Nur allein von August bis September, dass ich garantiert jetzt schon bei Vodafone des Elfs auch ein Angriffen musste. Und dann habe ich mich über die Telefonhotline beschwert. Da sagte er dann so, ach ja, ach ja. Er sagte, der tut nicht am Telefon. Ach ja, passiert halt schon mal. Ach ja. Da sitzt du da vorne und bist total sprachlos. Wie du dich nur so schikanieren lassen kannst von solchen Leuten. Und die Leute können es. Überleg mal, jeder zweite Vodafonekunde wird so über den Tisch gezogen. So viel Geld, wie die verlieren, geht gar nicht. Ich bezahle normalerweise für meinen Anschluss 55 Euro jeden Monat. Ich sollte 10 Euro Vergünstigung bekommen. Als sozusagen Schadensersatz. Vom letzten Mal noch. Ja, diesen Monat buchen die 61 Euro von meinem Konto auf. 61 Euro. Die Rechnung ist schon wieder komplett falsch. Aber es ist halt Vodafone. Die wollen halt einfach ihr Geld haben. Und die buchen halt einfach ab. So wie es ihnen gerade in den Kram passt. Und ob das stimmt, interessiert die gar nicht. Es interessiert sie einfach schlichtweg nicht. Ich hasse diese Monopolstellung von diesen Leuten, dass es keine Auswahl auf dem Markt gibt und dass man leider an solche Kunden gebunden ist, an solchen Leuten. Und dass sie mit einem machen können, was sie wollen. Echt? Die können mit dir Hampelmännchen spielen. Das interessiert keinen. So, jetzt habe ich diese Lügenrechnung finanziert. Jetzt habe ich die Rechnung zweimal finanziert. Ich habe sogar 10 Euro zu viel bezahlt. Das heißt, ich kriege noch 10 Euro von denen und dann nochmal 10 Euro. Sind 20 Euro. So, anstelle der 55 Euro Rechnung buchen die 61 Euro von meinem Konto ab. Das sind schon mal 6 Euro mehr, als eigentlich vertraglich vereinbart war. So, und die 10 Euro Vergünstigung, die sie mir angeboten haben, weil sie beim letzten Mal schon Probleme hatten und Fehler hatten, ja, der mir als Schadensersatz angeboten wurde, den haben die überhaupt nicht abgebucht. Das interessiert die gar nicht. Die sagen dir das am Telefon einfach, ja, ja, sie kriegen das von uns, aber auf der Rechnung steht es nicht drauf. Und die buchen es auch nicht ab. Das interessiert die gar nicht. Das sagen die einfach nur so, ganz flapsig am Telefon. Ja, natürlich kriegen sie das. Ne? So, und beim zweiten Mal, als ich gestern angerufen habe und mich beschwert habe, ich so, was kriege ich an Schadensersatz? Ja, sie haben ja schon 10 Euro bekommen. Hallo? Die drehen mir für 24 Stunden Fernsehen ab, erpressen ein zweites Mal die Rechnung und ich kriege nicht mal Schadensersatz von denen, weil ich ja schon 10 Euro gekriegt habe für den letzten Fehler. Ich kann ja nicht jedes Mal Geld verlangen, wenn Vodafone einen Fehler macht. Da hat der Kerl mich am Telefon ausgelacht. Du musst dich ständig von solchen Leuten schikanieren lassen, weil du dich nicht werden kannst. Geht nicht. Dann habe ich den ganzen Donnerstag ohne Fährten verbracht, habe dann am Laptop gesessen, ich habe gearbeitet und ich bin gerade mal die Hälfte, die Hälfte von meinem Online-Kurs bin ich fertig. Und ich denke, und die andere Hälfte? Wann wird die andere Hälfte des Online-Kurses fertig? Ich sitze den ganzen Tag auf meiner Couch, vier Wochen Urlaub gehen dem Ende zu, ich muss nächste Woche wieder arbeiten gehen. Wo ist die Zeit geblieben? Ich war weder im Urlaub noch hatte ich Freizeitaktivitäten, weil ich dem Geld hinterherlaufen muss. Das regt mich total auf. Vor allem, du kannst die Leute nicht kontrollieren. Wenn die Leute keine Lust haben zu arbeiten, arbeiten die nicht. Wenn sie sagen, sie machen ein Projekt nebenbei, weil dein Projekt keine Priorität hat, dann machen die das nebenbei und das stört sie gar nicht. Es stört die Leute überhaupt nicht, dass ich gesagt habe, hier, ich brauche meinen Online-Shop in zwei Tagen. Das sind jetzt zwei Wochen. Es interessiert die nicht. Es stört die auch nicht. Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Ich hasse diese Mentalität von, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Es stört mich. Mein Urlaub geht zu Ende. Es ist nichts fertig. Ich musste notgedrungenermaßen auf meinen Online-Kurs zurückgreifen, damit ich den schon mal anfange, damit ich sagen kann, ja, das wird. Vielleicht habe ich den bis Ende des Monats fertig, damit wenigstens überhaupt irgendetwas online gehen kann. Dass ich sagen kann, ich habe gearbeitet, das ist meine Arbeit und, ja, ich habe irgendwas Produktives in vier Wochen getan. Weil du kannst auch nicht sagen, heute arbeite ich, morgen veröffentliche ich. Bücher schreiben dauert lange, das dauert Monate. Online-Kurs erstellen kannst du auch nicht von heute auf morgen machen, obwohl ich echt nicht weiß, wie der Leo und sowas schafft innerhalb eines Tages. Und dann zigtausend Kurse darunter haut. Keine Ahnung, wie der das macht. Vergeht auch wieder Zeit, bis du da mal was online gehst. Beim Online-Shop, das dritte Programm, komme ich heute nicht, komme ich morgen Mentalität. Irgendwann wird das schon installiert sein. Der Typ hat sich zwei Wochen Zeit gelassen. Der vom Server hat sich zwei Wochen Zeit gelassen. Das mit dem Internet, der hat sich 15 Tage Zeit gelassen. Zwei, vier, sechs. Sechs Wochen. Ich laufe seit August dahinter her. Seit August. Jetzt haben wir bald Oktober. Der Online-Shop ist nicht installiert. Es geht nicht um das Design. Es geht nur um Click-Install. Ich klicke, installiere und du kannst ihn einrichten. Nee, komme ich heute nicht, komme ich morgen Mentalität. Wenn die keine Lust haben, haben die keine Lust. Und dann sitze ich zu Hause hier auf meiner wunderschönen Couch und denke mir, geil, ich habe Urlaub. Ich kann nicht in den Urlaub fahren, weil ich habe kein Geld. Ich kann nicht Freitag-Aktivität machen, weil ich habe kein Geld. Ich arbeite, komme aber leider nicht weiter, weil die Leute haben keine Lust zu arbeiten. Und wenn ich zu dumm bin, das alleine auf die Reihe zu kriegen, ja, dann muss ich halt outsourcen. So, muss ich outsourcen, ist das Projekt gelaufen. Vier Wochen Urlaub. Es ist nichts wertig. Ich kann nichts machen. Es regt mich so auf. Ich sitze den ganzen Tag hier zu Hause auf meiner Couch mit meinem fetten Arsch und es wird nichts wertig, weil ich nichts selber hinkriege. In meinem Online-Shop brauchst du Hilfe, weil du kriegst den Online-Shop nicht installiert. Der Online-Shop, äh, der Online-Kurs wird nicht fertig, weil ich leider durch so viele Sprachfehler, ich es auch nicht fließend in die Kamera sprechen kann, weil ich ständig mich irgendwie verhasple, Wörter, Findungsschwierigkeiten habe. Ja, das geht nicht. Dann musst du Audio-Text nehmen. Ja, der Audio-Text ist dann wieder das Problem. Genau dasselbe, du kannst nicht von einem Blatt Papier lesen, weil du Wortfindungsstörungen hast durch den ganzen vielen Stress. Du hast Aussetzer, du sagst immer äh, äh, ähm, 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 weil du die Wörter nicht zusammenfassen kannst, weil du die Sätze nicht ausgesprochen bekommst. Und dann musst du wieder ein Tool finden, was das Ganze umgeht. Ja, das habe ich in Video gefunden. In Video kann ich alles in, in, ähm, in so eine Diashow reinpacken. Ich muss aber die Texte schreiben. So, anstatt das fließend in die Kamera zu sprechen, zu sagen, ich habe jetzt 20 Minuten, nee, muss ich den Text in eine Diashow packen und habe dann ein, ein Video von 3, 4 Minuten. Und dafür sitzt du hier den ganzen Tag. Und es wäre so einfach, wenn du es einfach in die Kamera blabbeln könntest. Aber nein, es muss ja mal wieder der komplizierteste Weg sein, weil du das Einfachste vom Einfachsten wieder mal nicht auf die Reihe bekommst. So, und damit gehen dann vier Wochen Urlaub zu Ende. Vier Wochen Zwangsurlaub. Echt, ich habe so die Schnauze voll. Ich habe so den Hut auf mich, steht alles hier oben. Wirklich, ich kann nicht mehr. Und ich will einfach nur noch vorwärts gehen. Und du sitzt hier, während alle anderen ihr Leben da draußen leben. Stattdessen sitzt du hier. Weil du nichts machen kannst. Gar nichts. Und jetzt sind schon wieder 20 Minuten rum. So, meine liebe Community, ich werde schon wieder arbeiten gehen. Ja, ich werde jetzt schon wieder hier auf der Couch sitzen. Ich werde schon wieder den ganzen Tag hier rumsitzen. Und in einer Stunde werde ich mich melden und sagen, ich bin schon wieder nicht mit meinem Online-Kurs fertig. Ach, weil ich schon wieder zwei Sachen fertig habe. Und dann heute Abend werde ich wieder zu meiner Community sagen, meine liebe Community, ich sitze immer noch hier auf der Couch, weil ich immer noch meine Arbeit machen muss. Ja, das ist mein Tag. Das sind meine vier Wochen Urlaub. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und am Ende, ja, meine liebe Community, es ist leider nichts fertig. Ihr könnt leider nicht in meinem Online-Shop gucken. Mein Online-Kurs ist leider nicht fertig. Und die ganzen anderen Sachen sind leider auch nicht fertig. Aber hey, ich hatte vier Wochen Urlaub. Ich war super produktiv. Aber es ist nichts fertig. Ich rege mich nur noch auf. Wirklich, ich versuche diesen Scheiß hier fertig zu machen. Was ist so schlimm daran, hier ein Foto einzubinden? Ja, kann ich euch sagen. Dieser Computer stürzt die ganze Zeit ab. Und wenn der Computer mal nicht abstürzt, will er die Seite nicht weiter blättern. Und so soll man fertig werden. Es regt mich gerade voll auf. Ich sitze hier mit Dominosteinen. Es ist noch nicht mal Winter. Diese Hälfte ist immer noch nicht abgearbeitet. So, es ist mittlerweile Abend. Wir haben 20 Uhr, haben wir jetzt genau. Hier lädt gerade mein Online-Kurs hoch. Den hier, um genauer zu sein. Und ich habe jetzt mal nachgezählt hier. Mir fehlen genau noch zwölf Videos. Samstag, Sonntag. Schaffe ich nicht mehr, weil ich schaffe keine sechs pro Tag. Das ist so langwierig. Echt. Ich schätze mal, ich hoffe, also ich hatte eigentlich gehofft, ne, gehofft, dass ich Sonntag fertig werde. So, ich habe heute drei Videos geschafft. Mit Mühe und Not. Habe dann noch ein paar Sachen von meiner Liste hier abgearbeitet. Und jetzt habe ich da aber immer noch drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wenn ich ganz viel Pech habe, ist es Montag. Ich habe so keine Lust mehr. Es wird irgendwie nichts fertig. Es regt mich alles so auf. So, ich wollte jetzt noch eben duschen gehen. Und ich wollte mal eben dieses Ordinary ausprobieren. Soll man ja drei Tage die Woche machen. Naja, ich gucke mal. Ich melde mich gleich nochmal. So, ich habe mir ja von Ordinary dieses Peeling gekauft. Das ist dieses AHH 30 und BHH 2% Peeling Solutions. Zehn Minuten Einwirkzeit. Das soll angeblich das Hautbild verbessern. Hier. Und ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich funktioniert. Ich werde das jetzt mal 30 Tage ausprobieren. Ich fange heute damit an. Man soll das angeblich dreimal die Woche drauf tun. Jeweils für zehn Minuten. Und dann gucken, ob sich das Hautbild innerhalb von 30 Tagen verbessert. Bin ich mal gespannt. Das Problem ist eher, ich kann es nirgendwo hinstellen. Also, dieses Peeling soll jetzt zehn Minuten drauf bleiben. Ich muss sagen, dafür, dass es ein Fruchtsäure-Peeling ist, brennt das hier vorne. Aber dass es ja ein Peeling ist, sehe ich das als Vorteil, dass es brennt. Jetzt werden wir das mal ausprobieren und dann gucken wir mal, wie das wirkt. So nach circa 30 Tagen. So, wir sehen uns morgen wieder. Gute Morgen, gute Morgen. Ja, ich bin heute Morgen schon am Arbeiten gewesen. Ich habe mir meine Küche aufgeräumt. Aber was noch viel wichtiger ist, seht ihr das? Da stand mal ein Tisch. Ich habe den Tisch jetzt endlich, da er endlich leer geräumt ist, ins Wohnzimmer gestellt. Ja, und das ist jetzt mein Blick, wenn ich ins Wohnzimmer gehe. Da habe ich ihn hingestellt. So, jetzt steht mein Wohnzimmertisch hier vorne. Mit einer richtig schönen Aussicht. Und an dieser leeren Wand, da habe ich noch Hoffnungen, Hoffnungen, dass bis Weihnachten dort ein Buffet-Schrank steht. Ja, ich musste nur ein bisschen Couch-Rutten machen. Aber es läuft. Ich habe jetzt einen wunderschönen Tisch da drin stehen. Es ist nicht ganz so mein Möbelier-Stil, aber ich habe ihn halt vom Vorgänger übernommen. Und für den Anfang reicht es, weil ich will ja nicht permanent neue Möbel kaufen. Denn wie ihr hier sehen könnt, ist mein Schrank fürs Badezimmer. Mein Hängeschrank mit dem Spiegel und der Beleuchtung ist endlich angekommen. Und auch wenn meine Hater da draußen das jetzt richtig scheiße finden, das Maler-Paket ist angekommen. Und das nehme ich jetzt mit ins Wohnzimmer. Und dann werden wir gemeinsam dieses Maler-Paket aufmachen. Doch, Maler. Vom Mandar. So, auf den Tisch. Und da haben wir es auch schon. Und da haben wir es auch schon. So, ich habe eine Hose bestellt. Die ist diese hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr die sehen könnt. Seht ihr so nicht? So. Die werde ich jetzt gleich mal anprobieren. Die lege ich hier auf den Stuhl. Wo ihr nicht sehen könnt. Und dann habe ich hier ein wunderschönes Kleid, was ihr ebenfalls nicht sehen könnt, weil der Tisch zu hoch ist. Das hier. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich den Stoff ein bisschen komisch finde. Weil ich, das seht ihr zwar gerade nicht. Aber auf dem Foto sieht das komplett weiß aus. Auch wenn das so in die Kamera geht, sieht das komplett weiß aus. Aber das ist ein ganz anderes Material. So. Dann habe ich mir einen wunderschönen Pullover bestellt. In weiß. Und ich hoffe, dass der passt. Und dann ist dieses Kleid runtergesetzt gewesen. Und das habe ich dann auch noch mal ganz schnell mitgenommen. So. Ich werde diese Sachen jetzt mit ins Nebenzimmer nehmen. Dann werde ich sie anprobieren. Und dann werde ich sie euch zeigen. Wie sieht es aus? Ich habe mich selber im Spiegel noch gar nicht gesehen. Ich gucke mal, wie das aussieht. So. Dieses Kleid war natürlich mein absolutes Highlight. Dieses Kleid wollte ich unbedingt bestellen. So. Diese Möpse hier passen nicht rein. Guckt euch das mal an. Ich kriege es hinten. Ich kriege es hinten nicht mal zu. Weil ich diese Möpse überhaupt nicht da reingequetscht kriege. Und ich dieses wunderschöne Kleid, das ich unbedingt haben wollte, jetzt wieder zurückschicken muss. Das nervt mich doch gerade schon wieder. Nur allein wegen diesem Kleid habe ich überhaupt bei Rana bestellt. und es passt nicht. Ne, da kann ich nichts machen. Ich kriege diese Möpse hier einfach nicht rein. Die wollen nicht da rein. Ich kann nichts machen. Hier. Das geht einfach nicht zu. Hier. Mir fehlt dieses Stück. Und das geht auch nicht zu. Super, ne? Es passt. Das Oberteil passt richtig gut. Ich brauche einen Pullover. Und jetzt guckt euch das mal. Und dann habe ich schon für extra, für fette Leute eingekauft, ja? Und habe extra gesagt, hm, ich bin fett geworden. Kaufe ich doch mal eine etwas größere Größe. Und wieder passt es hier hinten nicht. Das gibt es doch nicht. Jetzt darf ich das schon wieder zurückschicken. Echt? Gibt es eigentlich für fette Leute passende Klamotten, hm? Es kann auch nicht sein, dass ich alles in Übergröße bestellen muss. Ich habe das Lasagne-Zeug für heute Abend fertig gemacht. Da kommen heute Abend noch gehackte Tomaten rein. Und ebenfalls nochmal Tomaten. Ich wollte ja Zudels machen. Mit diesem schönen Ding. Das kannst du total in die Tonne hauen. Also, es kommt nicht so raus, wie es auf dem Bild aussieht, ne? Also, was rauskommt, ist ungefähr klein gehäckselter Scheiß. Also, nicht empfehlenswert, ne? Hier auch das. Schön, sieht anders aus, kann ich nicht empfehlen. Ich kann auch nicht empfehlen, dieses Zeug hier in irgendeiner Weise nachzuprauchen. So. Die Spülmaschine läuft noch. Und ich müsste mal so langsam an die Arbeit gehen. Ich habe aber keine Lust. Mich regt das alles auf. Mich nervt das alles. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ne? So. Es ist jetzt mittlerweile halb neun, neun Uhr. Ich habe für heute aufgehört zu arbeiten. Oh, ich weiß nicht. Oh, Mist. Moment. Ich habe alles rot angestrichen. Es sind wirklich nur noch ganz wenige Punkte auf. Je nachdem, wie viel ich morgen schaffe, ist der Montag online. Wenn ich Pech habe, muss ich Montag auch noch ein bisschen daran arbeiten. und dann geht der online. Und dann dauert das Freigabeverfahren erst noch ein paar Tage. Aber dann ist es Ende der nächsten Woche. Ende nächster Woche ist das dann aber online. Gott sei Dank. Es hat auch nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Ich gucke mir hier im Fernsehen. Da gucke ich mir jetzt 911 an. Und mittlerweile gewöhne ich mich sogar daran, dass der Tisch da vorne steht. Heute Morgen war das noch ganz ungewöhnlich, dass der Tisch da vorne steht, weil ich so wenig Wohnzimmer habe. Aber wenn da ein Buffetschrank hinkommt, sieht das wieder richtig gut aus. Weil dann habe ich nämlich so das Wohnzimmer und so habe ich dann das Esszimmer. Habe ich beides in meinem Raum. Naja. Bis morgen. Guten Nachmittag. Es ist Sonntag. Ich hoffe nicht, dass das im Fernsehen läuft. Nee. Offiziell läuft Modern Family. Ich habe keine Lust zu arbeiten, weil mich nervt das. Ich werde irgendwie nicht fertig. Es ist alles, das zieht sich alles so in die Länge. Es ist schon wieder Zeit für Licht. Ich habe ein bisschen Lust auf Vanilla. Es ist nicht vegan. Scheiß drauf. Es ist auch nicht mehr viel drin. Ja. Zur Arbeit. Ich drücke mich da so ein bisschen vor. Ich habe wirklich nur noch den allerletzten Rest, den ich erledigen muss. und das war's dann. Und ja, dann könnte das theoretisch, wenn ich heute noch ein bisschen mache, muss ich vielleicht am Montag noch ein bisschen machen und dann könnte das Montagabend, könnte ich das online gehen lassen. Ich tue mich da ein bisschen sperr mit. Mein Problem ist immer, du planst und du machst und du gibst dir total viel Mühe damit und die Leute wissen es einfach nicht zu schätzen. Sie respektieren es einfach nicht. Es ist doch so, man arbeitet sehr hart. Ich habe dann wochenlang in die Recherche gesteckt. Ich habe wochenlang daran gearbeitet und ja, dann ist das draußen und dann dauert es nicht lange, dann kommen die ganzen negativen Hater und ruinieren einem die Arbeit und finden alle scheiße und du verkaufst dann auch nichts und das ärgert dich dann natürlich und das frustriert dich dann halt auch wieder, weil es halt diese negativen Menschen gibt, die dich einfach klein halten wollen. Die wollen nicht, dass aus dir irgendetwas wird, die wollen nicht, dass du Erfolg hast, die wollen ja, die wollen sich sozusagen zerstören und diese Leute sind einfach nur grauenvoll, weil es geht ja nicht darum, dein Social Media Profil zu zerstören oder dir das Spielzeug wegzunehmen, sondern deine Firma ist deine Existenz und mit deiner Existenz möchtest du Geld verdienen, weil du halt langfristig dir ein Einkommen aufbauen willst und stell dir mal vor, du baust dir ein Einkommen auf oder willst zumindest ein Einkommen aufbauen und jedes Mal, wenn du richtig viel harte Arbeit investiert hast, kommt so ein kleines Arschloch daher und reißt dir alles unterm Arsch weg und du hast jedes Mal umsonst gearbeitet. Das ist schon hart. So, ich konnte mich endlich aufraffen, meinen Plan hier abzuarbeiten. Das sind noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen offen. Es sind aber kleine Sachen. Ich habe mal durchgeguckt, das sind so Mikrosachen von 500 Wörtern. Das ist nicht länger als ein Video von zwei Minuten circa. Es dauert halt immer, das in diese Form hier zu bringen. Das dauert. Und das ist auch das, was deswegen auch immer so lange dauert. Aber wenn ich diese 31 Punkte dann abgearbeitet habe, ist mein allererster Online-Kurs definitiv auch fertig. Und dann geht der Online. Und ich hoffe, dass das dann Montagmorgen der Fall sein wird. Ich sitze auch erst seit gut einer halben Stunde hier dran. Bin aber schon durch die Hälfte des ersten Punktes durch. Also sprich, ich bin jetzt beim ersten Punkt für heute. Sieben Punkte habe ich noch vor mir. Und wir gucken mal, wo es hinführt. Ich habe mir in der Zwischenzeit einen Tee gemacht, den New Yorker Chai. Der ist würzig und süß. Der schmeckt so ein bisschen nach Honig und nach Gewürzen. Wirklich lecker. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich dann hier drum, dass das fertig wird. So, bis später. So, ich habe auf meiner Liste jetzt nur noch zwei Punkte offen. Ihr hört es schon. So, den habe ich jetzt gedownloadet. Ihr konntet mal ganz kurz reinhören. Ja, ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste offen. Und zwar, welche Auswirkungen ein Zuckerentzug hat, wenn man jetzt längerfristig auf Zucker verzichtet und ja, warum Missgeschicke normal sind. Die zwei Sachen habe ich noch offen und dann bin ich fertig. Allerdings haben wir jetzt schon 19 Uhr gleich. Es ist 10 vor 10 vor 7. Ja, 10 vor 7. Und ich muss meinen Online-Blog noch schneiden, weil der noch gedownloadet werden muss heute Nacht. So, es passiert heute auch nicht mehr viel Aufregendes. Ich habe hier, habe ich mein Video. Das habe ich schon hochgeladen auf die Plattform. Ja, ansonsten werde ich heute nur noch arbeiten. Ich überlege gerade, ob ich wirklich noch komplett durchziehe und diese zwei Sachen fertig mache oder ob ich sage, oder ob ich sage, okay, Montagmorgen, komm, dann mache ich die letzten zwei Sachen fertig, dann mache ich Schönheitskorrekturen und mache das dann morgen. Da bin ich noch so ein bisschen am überlegen, weil ich möchte auch gleich noch duschen gehen und was zu essen reinschieben. So, da wir aber sonntags haben, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Ich beende den Vlog an dieser Stelle. Es hat nichts Aufregendes gegeben. Es wird auch nichts mehr Aufregendes passieren. Wir müssen alles wieder auf nächste Woche verschieben mit dem Online-Shop. Hoffentlich ist der in meiner letzten Arbeitswoche fertig, in meiner letzten Urlaubswoche, sorry, in meiner letzten Urlaubswoche fertig, dass ich nächste Woche damit konkret anfangen kann, aber wir werden sehen. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Wir sehen uns.